So, kannst du schlechte Noten am Ende des Schuljahres nochmal ausgleichen. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und am Ende des Schuljahres ist es ja oft so, dass man denkt, oh fuck, hätte ich mal bei deinem Klausel ein bisschen mehr gelernt, hätte ich mal bei dem Referat mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, hätte ich vielleicht die Ex nicht so verkackt, aber schlussendlich ist es jetzt so, wie es ist und jetzt geht es natürlich darum, nicht dich zu beschweren, oh warum habe ich das so und so gemacht, sondern auch am Ende des Schuljahres nochmal kurz zu überlegen, hey, wie kann ich denn jetzt beispielsweise diese schlechten Noten, die ich vielleicht in ein paar Fächern, in ein paar Einzelfällen geschrieben habe, nochmal ausgleichen und da gibt es natürlich einen Haufen Tipps und die bekommt ihr jetzt von mir. Grundlegend vorneweg, es geht quasi immer noch, dass du eine schlechte Note ausgleichst, lass dir dann nicht wieder von deinem eigenen Kopf oder vielleicht auch von anderen erzählen, ah das geht nicht, der Lehrer lässt es eh nicht zu und so weiter. Versuchen sollte man es immer und wenn man das auf eine höfliche, freundliche Art und Weise macht und der Lehrer auch versteht, warum er dir nochmal die Chance dazu geben lassen sollte, dann kann es immer funktionieren. Aber darüber hinaus ist das Allerwichtigste mal, dass du nicht nur sagst, oh ja, ich würde gerne ein bisschen meine Noten verbessern, doch nicht mal dem Lehrer gegenüber, sondern auch dir selbst gegenüber, nicht so, ja, mein Ziel ist es, ein bisschen meine Noten zu verbessern, sondern dass du dir ganz bewusst machst, okay, in welchen Fächern willst du deine Note verbessern, was brauchst du dafür, also brauchst du nur nochmal eine extra Mitarbeitsnote, vielleicht 15 Punkte oder brauchst du, keine Ahnung, noch eine Mitarbeit und ein Referat, brauchst du nur die Mitarbeit, die du schon bekommen hast, vielleicht ein bisschen besser, dann kannst du dir nochmal mein Video über Noten nachverhandeln anschauen, aber sei dir bewusst, was du brauchst, weil nur wenn du einen ganz klaren Grund hast und eine ganz klare Idee davon, erstmal für dich selbst, was du überhaupt brauchst, kannst du danach auch gehen, das bedeutet, du weißt dann, okay, ich brauche zwei mündliche Noten noch, eine 14, eine 13 Punkte beispielsweise und dann kannst du sofort sagen, okay, wenn das so ist, dann brauche ich auf jeden Fall noch meine extra Mitarbeitsnote und nochmal ein extra Referat, aber wenn du davon keinen Plan hast, bringst du überhaupt nicht, dir da groß drüber Gedanken zu machen. Unabhängig davon, was du dann konkret brauchst, egal ob du jetzt noch eine Mitarbeitsnote verbesserst, eine neue Mitarbeitsnote brauchst, ob du noch eine Verrat halten willst, ganz egal was, gib in der Mitarbeit 100%, also wirklich 100% Gas, weil natürlich, dadurch, dass du in der Mitarbeit am Ende nochmal Gas gibst, kannst du auch nochmal eine extra Mitarbeitsnote bekommen, vor allem aber, vor allem aber, verbessert das die Sicht vom Lehrer auf dich massiv, also zeig dem Lehrer wirklich, dass du noch was verändern willst, weil es gibt so viele Leute, die kommen am Ende des Schulheirers zum Lehrern, könnte ich noch ein Referat halten, aber strengen sich im Unterricht nicht an. Das bedeutet, sie sagen nur was, aber lassen eigentlich keine Taten folgen. Wenn du aber, bevor du vielleicht sogar schon gefragt hast, wirklich Gas gibst und ihm zeigst, hey, ich will hier wirklich nochmal was verändern, ich will meine Noten nochmal rausholen, dann bitte derer, dieses Engagement sehen und das schlussendlich auch würdigen. Und auch wenn du der Meinung bist, alle Noten sind schon vergeben, dann ist es super, super wichtig, dass du trotzdem Gas gibst in der Mitarbeit, einfach nur, wenn du beispielsweise die Mitarbeitsnote nachverhandeln willst, weil es gibt in der Psychologie den sogenannten Recency-Effekt, das bedeutet, dass die Erinnerungen, die wir als letztes haben, am stärksten sind. Sprich, von den ersten paar Unterrichtsstunden in diesem Halbjahr, hat der Lehrer wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung mehr, von den letzten paar Unterrichtsstunden in diesem Halbjahr, hat der Lehrer noch ein sehr konkretes Bild. Das bedeutet, das ist bei weitem nicht so, dass wenn du dann beispielsweise nachher zum Lehrerin gehst und sagst, oh, könnte ich vielleicht nochmal eine bessere Note haben, dass der Lehrer dann ganz objektiv jede einzelne Schulstunde miteinander vergleichen kann und sich überlegt, okay, was wäre jetzt gemittelt so die faireste Note, sondern er kann sich natürlich vor allem an die letzten Unterrichtsstunden erinnern und wenn du da einfach extrem gut wirst, ist der Lehrer vielleicht auch viel eher gewillt, dir nochmal ein, zwei Punkte mehr zu geben. Sei dann in der Kommunikation mit dem Lehrer auch ganz ehrlich, also sag ihm, ich habe die Ex verschissen, ich will noch eine bessere Note. Also ich soll es etwas besser und förmlicher ausdrücken, als ich es gerade getan habe, aber einfach ehrlich, offene Kommunikation mit dem Lehrer, sag, hey, ich will es noch verbessern, weil wenn der Lehrer dann merkt, okay, er will das wirklich und nicht nur so, oh, ich habe es verkackt, weil ich zu faul war und jetzt will ich noch irgendwas rausbekommen, damit es ein bisschen besser für meine Eltern aussieht, sondern wirklich, ja, ich bin die Einheit überhaupt nicht hingekommen, ich will es gerne irgendwie noch machen, haben sie irgendwelche Möglichkeiten für mich. Weil das öffnet dann eben auch die ganzen Wege, die der Lehrer, die er dann schlussendlich auch geben soll. Haben dann aber eben, dadurch, dass du dir im Vorhinein schon bewusst geworden bist, was brauche ich denn eigentlich als Referat, eine Mitarbeiter oder was weiß ich, ein ganz konkretes Ziel. Also geh dann nicht zum Lehrer und sag, ja, ich würde gerne noch verbessern, so, was kann ich tun? Weil das machen die meisten so und der Lehrer ist immer so, ja, jetzt soll ich im Prinzip die Arbeit machen im Sinne von, dass ich dir was gebe, wodurch du deine Note verbessern kannst. Sondern, wie du es wirklich schaffst, dass der Lehrer dir auch die Möglichkeit gibt, nochmal deine Note zu verbessern, ist, indem du einen ganz konkreten Vorschlag machst. Das bedeutet, wenn du dir ausrechnen hast, okay, ich brauche noch, wir nehmen es einfach mal an, du brauchst noch eine mündliche Note, 14 Punkte. Dann, sagst du beispielsweise, ich will es unbedingt noch verbessern, wäre es möglich, dass sie mir jetzt in den letzten 2-3 Stunden noch eine Bittarbeit geben. Wenn du das Gefühl hast, dass das bei dem Lehrer zieht, das kommt wie auf den Lehrertyp an. Wenn du der Meinung bist, ja, das wird bei dem Lehrer nicht so ziehen, auch wenn ich mich jetzt am Ende nochmal so krass anstrengen, dann macht es nicht so. Sondern, überleg dir vielleicht viel eher ein Referatsthema, was wirklich der gesamten Klasse einen Wert bringt. Wo es nicht nur darum geht, okay, der stellt sich jetzt 10 Minuten da vorne hin, sagt irgendwas Schlaues, dann gebe ich ihm eine 1 und dann hat er seine, keine Ahnung, 13 Punkte im Zeugnis. Sondern, geh mal weg von die Uni, überleg dir, was für ein Referat könnte ich halten, wo der Lehrer sich denken würde, unabhängig davon, ob ich dann eine bessere Note bekomme, hat es sich gelohnt, dieses Referat halten zu lassen, weil es einfach der ganzen Klasse was gebracht hat. Und deswegen überlegt, schau dir das Schuljahr an, sagt, hey, ich könnte doch den Themenpunkt noch mehr vertiefen, biete das dann dem Lehrer an, weil es geht auf einmal nicht mehr, dass du was von ihm willst, im Sinne von, geben sie mir bitte eine bessere Note, sondern du bringst dich auch aktiv ein, sagst, hey, ich würde ihn anbieten, das zu machen, wäre bestimmt für die Klasse interessant und damit wirst du tausendmal höhere Chancen haben, dass der Lehrer dir die Möglichkeit eben auch gewährt. Wenn die Sache, die du vorgeschlagen hast, nicht funktioniert, dann sei natürlich danach trotzdem offen für alles, also da musst du dann teilweise auch mal vielleicht den sauren Apfel beißen, wenn du jetzt nur eine Mitarbeit wolltest und dann aber doch ein Referat machen musst oder was auch immer. Aber sei auf jeden Fall offen, weil das Wichtigste ist dann auch einfach, wenn du den Lehrer fragst nach Möglichkeiten, der bietet dir eine Möglichkeit, dann nimm diese Möglichkeit auch an, das ist sonst einfach kacke. Genau das gleiche ist, wie wenn du dann die Möglichkeit angenommen hast, dann liefer auch ab. Du kannst nicht nachfragen, ob du eine mündliche Note verbessern willst und jetzt gehen noch 14 Punkte in deinem Referat und hältst das Referat und das Referat ist scheiße. Das geht nicht. Das bedeutet, du fragst nach viel von dem Lehrer, das musst du dir bewusst sein und wenn er dir dann eine Möglichkeit gibt und du diese dann auch umsetzt, dann mach es bitte richtig gut. Das ist einfach auch mega wichtig für das langfristige Verhältnis zum Lehrer. Und wie eben schon gesagt, wenn auch gar nichts mehr hilft und du keine neue Note mehr dazu bekommen kannst, Not nachverhandeln ist da noch eine Sache, die es vielleicht nur sich rentieren kann. Und ja, deswegen, hier ist das Video, klick dir drauf. Heute machen wir kein Outro. Alles, was du noch machen kannst, ist hier drauf klicken. Klick. Yeah. Tschüss.